Heute steht die Zahl 111 im Mittelpunkt meiner Freitalk Sendung und damit herzlich willkommen liebe Freunde. Ja, die Zahl 111 steht für 111 Jahre noch. Kaum zu glauben, noch ist also damit die zweitälteste Firma nach McLean der Modellbahnbranche. Als Oswald noch im Jahre 1911 in Glauchau eine Klempnerei gründete, sah es verdammt noch nicht nach Modellbahn aus. Erst als sein Sohn Erich nach erfolgreichem Studium der Elektrotechnik ein kleines Tochterunternehmen der Klempnerei eröffnete und Elektroartikel verkaufte, begann die eigentliche Geschichte des Modellbaus bei Noch. Klingt schon ein bisschen irre, aber es geht noch weiter. Zunächst häuften sich vor Weihnachten die Anfragen, ob der Elektriker nicht einige Modelleisenbahnen reparieren könne. Woraufhin er damit begann, in seinem Laden, man höre und staune, Lokomotiven von McLean zu verkaufen. Als Erich noch im Jahre 1936 den Schreinermeister Ernst Hecker kennenlernte, der kleine Häuser für Modelleisenbahnen baute, war es dann passiert. Die Firma Noch wurde zum Modellbahnhersteller. Doch bevor das Unternehmen richtig anfangen konnte, eigene Produktionen auf den Markt zu bringen, durchkreuzte der Zweite Weltkrieg die Pläne des Unternehmens. Nach dem Kriegsende begann das Unternehmen für wohlhabende Kunden aus Gips und Holz, individuelle Modellbahnlandschaften herzustellen. Ab 1949 wurden die ersten eigenen Produkte vorgestellt, wie Tunnel, Gebäude, aber auch Gleise und sogar Waggons. Doch in der jungen DDR drohte der Firma die Verstaatlichung. 1956 packte also Erich Noch und seine Familie die Koffer, lösten die Firma in Glauchau auf und flohen in den Westen. In Maisach bei München begann die Familie dann, das Unternehmen wieder aufzubauen. Das Sortiment wurde in weiten Teilen beibehalten, lediglich auf die Waggons wurde verzichtet. Hauptverkaufsartikel waren weiterhin Fertiggelände und Sonderanfertigungen. 1961 dann verlagerte das Unternehmen seinen Sitz nach Wangen in den Allgäu und wo es bis heute eigentlich noch produziert. Mit dem Umzug in neue Firmengebäude begann auch ein neues Kapitel der Modellbauproduktion. Erich Noch führte die Tiefziehtechnik für den Modellbau ein. Er fertigte als erster in diesem Verfahren Tunnelmodelle. Nach den Jahren des Umzugs und Neuanfangs kam das Unternehmen endlich in ruhigeres Fahrwasser. Das Landschaftssortiment wurde über die Jahre vielfältiger. Neben Grasmatten, Bäumen und Ausschmückungsszenen wurde zum individuellen Gestalten von Tunneln und Bergen in den 1970er Jahren das Terraform-System vorgestellt. Als die Nachfrage nach Fertiggelände in den 1980er Jahren zurückging, konnte sich die Firma auf die gleichzeitig steigende Beliebtheit der Terraform-Elemente stützen. Nachdem Erich Noch und einige Jahre später dessen Sohn Peter starb, übernahm dann 1997 Dr. Rainer Noch, der Urenkel des Firmengründers Ostwald noch die Leitung des Unternehmens und ließ sie umbauen und erweitern. Tja, und nach diesem kurzen Schnelldurchlauf der Geschichte der Firma Noch ist mir jetzt live hier im Studio in Berlin Dr. Rainer Noch persönlich zugeschalten. Hallo Rainer, schön, dass es geklappt hat mit dir persönlich über die Wahnsinnszahl 111 zu sprechen. Wie fühlt man sich zu so einem Jubiläum? Hallo Frank, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir uns wieder sehen, wenn auch nur virtuell. Ja, wie fühlt man sich zu so einem Jubiläum? Schon gut natürlich, wobei ich ja nur den kleinsten Teil dazu beigetragen habe, mit so den 111 Jahren. Schließlich waren da noch drei Generationen vor mir und ich darf jetzt die Früchte sozusagen ernten. Ich habe ja unseren Zuschauern im Schnelldurchlauf die Geschichte der Firma noch vorgetragen. 1997 hast du die Firma übernommen. Kannst du dich eigentlich noch an diesen Tag erinnern? Und was hast du als erstes gemacht an diesem Tag? Also das war jetzt nicht unbedingt ein Tag. Ich bin 1995 eingestiegen, beschleunigt damals ein bisschen durch die negative Nachricht, dass mein Vater schwer erkrankt war, der dann 1997 verstorben ist. Und das hat dann dazu geführt, dass eben diese Jahreszahl 1997 bei der Firmenübernahme dasteht. Das war es nicht unbedingt ein Tag, sondern das war einfach bedingt durch die Krankheit meines Vaters so ein relativ schneller Prozess, der mich in die Verantwortung gezwungen hat. Und ja, nachdem der Vater gestorben war, war ich dann eben allein in der Geschäftsführung. Es war eine sehr, sehr fordernde Zeit, kannst du dir vielleicht vorstellen. Ich habe zuvor an der LMU in München gearbeitet gehabt und es war natürlich eine ganz andere Geschichte, auf einmal so ein mittelständisches Unternehmen führen zu dürfen. Es ist ja auch so, wenn man dann so urplötzlich von einem Tag auf den anderen da reingeschmissen wird in so ein Unternehmen, um das mal jetzt ein bisschen platt zu sagen, ist sicherlich nicht ganz einfach. Und wir haben ja in der Geschichte gehört, Rainer, dass ja eigentlich der Gründer, das ist dein Urgroßvater, ja mit dem Klempnerbetrieb angefangen hat sozusagen. Und das war ja schon eine ungeheuerliche Entwicklung in den vielen Jahren. So und auf dir stand nun oder auf dir rute nun die Last sozusagen, den erfolgreichen Kurs fortzusetzen. Denn du hast ja in den vielen Jahren einen guten Namen gemacht. Die Firma steht prächtig da. Die Firma noch ist wer in der Branche. Und ich habe mich mal so ein bisschen im Internet recherchiert. Ihr seid eigentlich die zweitälteste Firma, Modellbahnfirma generell hier in Deutschland. Und das war sicherlich auch kein Selbstläufer für euch, oder? Ja, nein, sicher nicht. Man muss natürlich jetzt schon ehrlich sagen, das war ja ein großer Bruch in dieser Firmengeschichte, bedingt durch die Emigration der Familie, das Auswandern der Familie aus der damaligen DDR in Westen Deutschlands im Jahr 56. Und man kann das natürlich auch gut sagen, das war ja eigentlich eine Neugründung seit 1961. Jetzt hier in Wangen im Allgäu. Aber man schreibt natürlich so eine Firmengeschichte gerne fort. Und schließlich haben wir ja jetzt im Westen dann nicht unbedingt was ganz anderes gemacht, wie zuvor in Glauchau in Sachsen. Und insofern, ja, war ich schon stolz auf 111 Jahre, aber da waren schon viele Höhen und Tiefen mit dabei, wobei ich das große Glück der jungen Generation habe, dass ich diese Zeit nicht miterleben musste um den Zweiten Weltkrieg und um das Aussiedeln. Das war ja auch so ein bisschen der Tiefpunkt, denn in der Zeit, wissen wir aus der Geschichte, hat ja der ganze Betrieb geruht. Nach der 1946, glaube ich, in der noch jungen DDR, habt ihr dann euch bemüht, die Produktion mit bestimmten Dingen wieder aufzubauen. Das ist schon sehr beachtenswert gewesen. Und dann euer Wechsel 1956 dann in die Bundesrepublik zuerst nach München, das war ja oder bei München, das ist ja auch nur eine Zwischenstation für euch gewesen, bis ihr dann endgültig im Wangen im Allgäu in dem wunderschönen Urlaubsland angekommen seid. Das ist schon mal eine Leistung, die man erst hinkriegen muss. Und ich denke mal, du hast auch sicherlich eine große Anzahl von Mitarbeitern hinter dir, die auch diese Entwicklung mitgetragen haben. Auf jeden Fall. Also ich meine, dieses Thema Zwischenstopp in München, Weishach war es, um genau zu sein, war vermeintlich, da gab es Verwandtschaft. Und dann hat der Großvater eigentlich unbedingt in Richtung Berge wollen, weil er immer schon ein begeisterter Alpinist war, so wie mein Vater auch. Und dann fiel die Wahl auf Wangen, worüber ich natürlich rückblickend sehr, sehr froh bin. Und wir haben tatsächlich immer noch einen Mitarbeiter in der Firma, den Karl Röhl. Der ist zwar inzwischen schon eigentlich lange in Rente, aber er arbeitet immer noch einen halben Tag die Woche, der in den Anfängen damals schon mit dabei war. Also inzwischen eine Firmenzugehörigkeit von über 50 Jahren. Das ist schon eine Leistung. Lieber Rainer, nach so vielen Jahren Modellbahn in der Firma, du bist ja auch als Kind immer irgendwie wahrscheinlich involviert gewesen mit kleinen Häuschen, Modellbahn sowieso. Ich habe ja auch gelesen, dass ihr auch zwischendurch mal kurze Zeit mehr Clean-Händler wart. Da muss doch der Virus bei dir so richtig gepflanzt worden sein. Also das war so ein Grundsatz meines Vaters, den ich mir auch sehr eigen gemacht habe, selber kein eigenes Bauprojekt zu haben, weil die Angst oder das Bedenken ist immer dabei, dass man dann nur noch die Probleme sieht, die man im Moment im eigenen Bastelprojekt hat und dann den Markt nicht mehr als Ganzes wahrnehmen kann. Also Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie damit beschäftigt bin, einen Wasserfall zu machen in meinem Gebirge, dann bin ich der Meinung, die ganze Welt braucht Wasserfälle, was aber nicht der Realität entspricht. Also man hat immer so versucht, ein bisschen Abstand zu wahren, was natürlich auch daher kommt, wenn du das jeden Tag hast, im Büro und in der Firma und du gehst eigentlich jeden Tag auch durch die Produktion, dann bist du eigentlich abends auch froh, wenn du mal was anderes siehst und am Wochenende was anderes siehst. Dafür habe ich dann andere Formalbis. Da habe ich mir ja fast die falsche Frage aufgeschrieben, Rainer. Es ist ja meistens so, wenn ich dir was frage, am Schluss sagst du immer Nein, habe ich Verständnis dafür, aber jetzt kommt nicht die Frage nach den nächsten Neuheiten, sondern ich wollte dir eigentlich jetzt eine Gewissensfrage stellen. Hast du selbst eine Modellbahn, mit der du gelegentlich spielst? Da erwarte ich jetzt eigentlich ein klares Nein, denn du hast ja gerade gesagt, du brauchst den Abstand, oder? Ja, also ganz bewusst, ich gebe offen zu, mich hat es schon sehr, sehr oft wahnsinnig gereizt, gerade wenn du von so einer Endverbrauchermesse kommst und du siehst dann diese traumhaft schönen Anlagen, die dann in Dortmund stehen oder in Leipzig stehen und das macht einen dann schon an und dann muss ich mich dann echt immer fast zwingen, nicht aktiv zu werden. Aber nein, ich habe keine Modellbahnanlage. Ich hatte natürlich als Buch und als Jugendlicher immer wieder eine Zuhause, aber jetzt so ein eigenes Zimmer, wo ich dann nur am Basteln wäre, das nein. Jetzt habe ich dich genug gelöchert über persönliche Dinge. Lass uns zum Schluss noch etwas über das Ereignis sprechen, was ja am 27. und 28. Mai von euch groß angekündigt ist. 111 Jahre noch, feiern Sie mit uns. Was habt ihr denn nun allein alles für diesen, oder was habt ihr alles für diese beiden Tage vorbereitet? Also im Prinzip öffnen wir mehr oder weniger das gesamte Firmengelände und die gesamte Firma. Ich laufe das jetzt mal so bildlich durch. Wenn ich oben reinkomme, habe ich natürlich die Modellbauwelt, unseren Laden, der ja normalerweise auch offen ist, der immer offen ist und dann haben wir so einen Innenvorstand zu den Jobs in der Firma noch und dann gibt es die Möglichkeit, an Betriebsbesichtigungen teilzunehmen. Da gehen wir dann alle 15 Minuten mit Kuppen durch die Firma. Bei laufender Produktion kann man dann sehen, wie bei uns hergestellt wird. Wir nehmen an, dass der durchaus von 45 bis 60 Minuten dauern wird. Also da gibt es dann schon einiges zu sehen. Dann werden wir im Firmengelände unten im Innenhof einen großen Flohmarkt aufbauen, dass auch die Schnäppchenjäger auf ihre Kosten kommen und wir ein bisschen unsere Überbestände abbauen. Also das sind dann meist Auslaufartikel. Das wollte ich jetzt gerade auch hören von dir, genau. Das sind meist Auslaufartikel, die dann einfach dort angeboten werden oder irgendwelche Muster, die wir zugekauft haben oder die wir mal produziert haben als Muster. Oder natürlich zwei Gewaltartikel, selbstverständlich. In einer der Hallen wird dann eine große Mitmach-Bastel-Vorführ-Areal sein. Da werden wir einige Anlagen zeigen. Man kann selber an Bastelprojekten ein bisschen mitarbeiten oder kann sich dann auch mit unseren Anlagenbauern fachsimpelnd unterhalten, und die dann an kleinen Demo-Schaustücken auch Dinge präsentieren. Und schließlich, wenn ich jetzt das Gelände vor uns durchgehe, darf natürlich das Trinken und Essen auch nicht zu kurz kommen. Ich wollte gerade sagen. Wir haben vier Food Trucks auf dem Gelände haben, zum Beispiel mit Kästpitzle und mit, ich glaube, irgendwas Mexikanisches gibt es auch, wenn ich recht informiert bin. Und natürlich das gute Mekka-Zerbier direkt aus unserer Region, dass man auch den Gaumen ein bisschen befeuchten kann. Also wir freuen uns sehr darauf. Wir hoffen natürlich, dass das Wetter mitspielt. Wir werden natürlich auch ein Gelände Zelte aufgebaut haben. Aber bei schönen Wetter macht alles doppelt Spaß. Wir hatten das letzte Mal, als wir das vor elf Jahren zum Hundertjährigen gemacht haben, sehr, sehr viel Glück mit dem Wetter und hoffen, dass es dieses Mal auch funktioniert. Ich verspreche dir, ihr habt am 27. 28. Mal genauso viel Glück. Mit dem Wetter. Aber das war ja schon ganz gemein. Allein jetzt die Aufzählung der Food Trucks, die ihr da habt. Also Rainer, das ist jetzt ganz gemein gewesen. Okay, also. Das war jetzt, Frank, das war das, was uns bei dir jetzt am meisten bereizt, in der ganzen Geschichte. Nein, also ich würde sagen, alleine das, was ihr an einem Angebot aufgefahren habt, die Geschichte nochmal in einem Betriebsrundgang live zu sehen, die laufende Produktion, das finde ich eine gute Sache. Und ich glaube, ihr werdet sehr viel Zuspruch haben. Lieber Rainer, von hier aus, und da spreche ich auch im Namen aller Zuschauer, gehen unsere Glückwünsche aus dem Studio hier in Berlin auf die Reise zu euch nach Wangen. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Geburtstagsparty gemeinsam mit den Modellbahnern aus der ganzen Welt, die da anreisen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frank. Wir freuen uns da schon alle sehr auf das Event. Und ja, jeder, der Lust hat, der Zeit hat, einfach vorbeischauen. Also, weiter so und weiter viele tolle Neuheiten für die nächsten 111 Jahre. Mach's gut, Rainer. Tschüss. Ja, Servus. Tschüss. So, das war unser Talk heute. Und was habe ich noch? Ein kleines Wortspiel? Nein, klar, ein paar Sonderangebote zum Jubiläum hier und jetzt von mir. Mit der Artikelnummer 94001. Ein Ausschmückungsset Badende und Olivenbäume. Ein wunderbares Thema für den Sommer für nur 15,49 Euro. Und dann haben wir noch mit der Artikelnummer 94002 ein Ausschmückungsset Klogeschichten und Birken für 17,50 Euro. Dann weiter geht es mit der Artikelnummer 94003. Ein Ausschmückungsset Pferde und Obstbäume. Ganz passend zum Preis von 17,49 Euro. Weiter geht es im Reigen. Ein Ausschmückungsset Tiere, Bauernhof und Sträucher für 15,90 Euro. Dann kommen wir zu den Klassikern. Es steht auch da Klassikbaumwürfel, Apfelbäume mit Äpfeln, fünf Stück. Damit sind jetzt die Bäume gemeint, nicht das, was auf den Bäumen hängt. Für 8,99 Euro. Dann haben wir mit der Artikelnummer 25001. Ebenfalls aus der Klassik-Serie 5 Obstbäume grün zum Preis von 8,99 Euro. Und last but not least haben wir ebenfalls aus der Klassik-Serie mit der Artikelnummer 25003 den Baumwürfel blühende Obstbäume. Fünf Stück sind drin, zu einem absoluten Sonderpreis von 8,99 Euro. Mit dem letzten Angebot sind wir am Ende unserer Sendung für heute angelangt. Das war Freitalk Ausgabe Nummer 3. Wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, auf gleicher Welle und Kanal. Bis dahin machen Sie es gut. Und, ach, jetzt hätte ich es fast doch noch vergessen. Hoch die Hände, Wochenende. Ran an die Modellbahn. Tschüss, Ihr Frank Buttig. Tschüss, Ihr Frank Buttig.